Das hier sind die besten Rezepte für Tears of the Kingdom. Und viele Rezepte sind ziemlich ähnlich zu Breath of the Wild. Und das erste Rezept und auch das beste Rezept natürlich ist, einen Trüffel zu nehmen und den einfach zu kochen. Und dann habt ihr einen Full Heel. Das nächste Rezept hilft euch wirklich unendlich oft aus. Und zwar nehmt ihr eine Fitkröte und ein beliebiges Monsterteil. Und was ihr dann kriegt, ist ein Full Recovery von eurer Ausdauer. Das heißt also, ihr klettert irgendwo hoch, seid am Ende eurer Kräfte, ihr nehmt das und ihr seid wieder Full Stack. Das ist komplett geil. Ihr kommt überall hoch damit. Und das letzte Rezept ist, ihr nehmt 4 Schwertbananen, packt ihr einfach in den Topf rein und ihr habt den größten Damage in der Erde. Welches Rezept findest du am besten? Und wenn du mehr über Tears of the Kingdom sehen willst, lass uns follow da.